Dann konnten wir dir das nicht aus der Hüfte leiern, aber ist auch überhaupt nicht wild. Aber tu mir einen Gefallen zum Abschluss unseres Gesprächs und der Sendung. Wir hatten gestern unsere großartige Gala Herz für Kinder. Du bist weltbekannt für deine Imitation von Donald Duck zum zweiten Advent. Kannst du die Zuschauer einmal als Donald jetzt hier verabschieden? Wir nehmen es auf und schenken jedem Kind ein Lächeln damit. Das ist okay, da ist ein Grund. Ich wünsche frohe Adventszeit. Alles klar. Okay. Vielen lieben Dank. Danke, Peter. Schönes Weihnachten. Danke. Tschüss. Alles klar. Ciao, ciao, ciao.